Kein Dach überm Kopf, aber einen schicken Wagen. Mieten Sie unsere Cabrios ab 39 Euro pro Tag bei Star Car, der günstig gelben Autovermietung. Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt, die super eingestellt war. Dementsprechend haben wir das so in den ersten 15, 20 Minuten nicht gut gemacht. Wir haben unserem Gegner zu viel Platz gelassen, besonders in den Zwischenräumen. Unsere Jungs mussten erst mal wach werden, weil wir gestern Abend noch bis 22 Uhr in Fellbad gespielt haben, heute gearbeitet. Deswegen war ich jetzt nicht so extrem böse darüber. Dadurch haben wir natürlich das Frühjahr 1 zu 0 bekommen. Wir haben danach komplett umschalten können. Das, was wir uns vorgenommen haben, uns nicht zu verstecken, sondern mutig nach vorne zu spielen, haben wir dann immer besser gemacht, haben dann mehr Zugriff gehabt. Wenn ich jetzt überlege, nach dem 1 zu 1, dass wir da nochmal mehrfach Aluminium getroffen haben und der Torwart wirklich überragend auf der Linie noch reagieren konnte, hätten wir in der Halbzeit schon führen können und müssen. Trotz alledem haben wir dann in der zweiten Halbzeit nicht nachgelassen, sondern haben dann nochmal eine Schippe draufgelegt. Meines Erachtens auch verdient 3-1 geführt. Aber unterm Strich, wenn man sieht, gegen welche Qualität wir gespielt haben, ist das Ergebnis von 3-3, wenn man jetzt die letzten Chancen von Homberg sieht, noch vollkommen in Ordnung vom Gesamtspielverlauf her. Ja, die Sache ist die, wir haben auch versucht, die ersten Spiele ein anderes Spiel bzw. ein anderes System mit einzuspielen. Wir haben dann halt auch mal ein bisschen die Dreierkette mit ausgetestet, um vielleicht eine weitere Option zu haben. Dementsprechend ist ja leider Gottes die Vorbereitung in der Winterzeit nicht so lang wie der Sommer. Wir sind jetzt seit Anfang Januar am Gange, haben dann die Hallenwinterrunde mit dabei, wo wir auch Wochenende immer mit dabei sind, sind jetzt in der Endrunde. Ich hoffe für den Verein und für die Mannschaft auch in der Finalrunde am Sonntag. Und danach beginnt ja danach die Woche schon das erste Nachholspiel gegen Burg Altendorf. Und ich denke und hoffe, dass wir da auf dem Punkt genau voll da sind. Und in der Vorbereitung müssen wir ja fünf neue Spieler noch mit einspielen lassen. Das klappt immer besser und besser. Und ich denke mal, in zehn Tagen, wenn wir soweit sind gegen Burg Altendorf, werden wir auf dem Punkt da sein, um das Spiel für uns zu entscheiden. Also im Moment stand der Dinge jetzt. Viele haben ja gesagt, Kreis mit so einer jungen Mannschaft und neue Mannschaft, die werden wahrscheinlich nochmal abgehen. Wir haben immer gesagt, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz. Stand der Dinge im Moment ist, wir sind Vierter. Nach oben ist natürlich ein bisschen was machbar. Die ersten beiden sind im Moment ein bisschen weg. Aber Platz drei könnte realistisch sein. Es ist nicht unser Primärziel. Wir wollen uns verbessern zu der Vorrunde, weil die jungen Spieler sind halt ein bisschen mehr erfahrener. Wir haben ein bisschen Erfahrung mit im Winter nachgelegt mit erfahrenen Spielern. Und wir wollen weniger Spiele verlieren als in der Vorrunde und dann schauen, was geht. Aber jetzt irgendein Platz, wo ich sage, ja, wir müssen jetzt unter den ersten 1, 2, 3 sein, ist nicht primär. Wir nehmen es mit, wenn es so ist. Aber da, wo wir jetzt im Moment stehen, Platz vier, ist eigentlich auch unser Spiegelbild. Also 1, 2, 3 haben wir in der Vorrunde nicht verdient. Wenn wir weniger verlieren, kann dann möglich sein, dass wir es dann doch irgendwie schaffen. Durch die Hintertür. Schwedisch günstig und schon zusammengebaut. Mieten Sie den Volvo XC60 für nur 75 Euro pro Tag. Bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. 是 mit der Hintertürigen. Bier, ich trade ein ρ. Das war's. Ich sage, ja, wir müssen das. Wir müssen das. Wir müssen das. Sie haben das. Ich sage, ja, wir können das. Und wir müssen das. Das war's. Wir müssen das.